Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy erklärte in seiner letzten Rede, dass die Angriffe nicht mit Worten durchgeführt werden und dass die Raketen für sich selbst sprechen werden. Der ukrainische Führer betonte, dass der Plan zur Stärkung der Ukraine der Plan für den Sieg war, den er den Partnern vorlegte, und einer der Schlüsselpunkte die Fähigkeit seines Landes war, Langstreckenwaffen zu verwenden, berichtet Butz+. Heute wird in den Medien viel über die Erlangung von Genehmigungen für Aktionen gesprochen. Aber die Angriffe werden nicht mit Worten durchgeführt, die Raketen werden für sich selbst sprechen, natürlich, fügte Zelenskyy hinzu. Er kündigte an, dass Russland heute einen der größten und gefährlichsten Angriffe seit Beginn des Krieges durchgeführt hat. Das ist die Antwort auf all jene, die mit Putin durch Gespräche, Telefonate und Umarmungen etwas erreichen wollten, fügte der ukrainische Präsident hinzu. Es sollte keine Zeit damit verschwendet werden, mit Moskau zu sprechen, sondern Russland zu zwingen, den Krieg zu beenden, schloss Zelenskyy.